Die letzten drei Jahre habe ich so viel an meiner Selbstständigkeit gearbeitet und wenn ich mal zurückblicke, was ich alles so geschafft habe, dann ist das eigentlich ganz schön krass. Ich weiß noch, dass ich manchmal rückblicken jetzt so am Anfang meiner Selbstständigkeit, Anfang 2020, Mitte 2020 vom PC saß und irgendwie so dachte, hey, heute habe ich einen produktiven Tag und wollte meine To-Do-Liste schreiben und dachte dann so, ja, aber was soll ich jetzt eigentlich auf diese To-Do-Liste schreiben? Weil ich hatte ja irgendwie keine Kunden, ich wusste ja eigentlich nicht mal so richtig, wo meine Reise überhaupt hingehen sollte. Das heißt, eigentlich hatte ich so gar keinen Plan von nichts zu dem Zeitpunkt und mir fiel es manchmal richtig schwer, dann überhaupt mit einer To-Do-Liste für den Tag irgendwie in meinem Kopf irgendwie sich was zu entwickeln. 2023 ist das Ganze jetzt ein bisschen anders aus. Es ist tatsächlich so, dass meine To-Do-Liste an vielen Tagen ein bisschen voller ist, als ich das gern eigentlich hätte. Aber genau das wollen wir in 2023 angehen, denn ich möchte langfristig eigentlich mit meiner Selbstständigkeit ein Leben führen, wo ich für meine Verhältnisse, für das, was ich möchte, ein entspanntes Slow Life, irgendwie genug Geld verdiene. Das heißt, ich brauche nicht, wie manche Business Coaches da draußen, sehr, sehr, sehr Riesensummen und alles muss skaliert werden, sondern ich möchte irgendwie ein Business führen, was sich für mich gut anfühlt, was sich für mich entspannt anfühlt, was sich für mich nach richtig einem Purp, klischeehaft, wie das auch klingt, aber nach so einem Purpose Project anfühlt. Und da möchte ich in 2023 einfach so ein paar Dinge nochmal umstrukturieren und ändern und meine Selbstständigkeit in gewisser Weise einfach nochmal vereinfachen. Als ich das Skript für dieses Video geschrieben habe und so überlegt habe, okay, was wäre so mein Traum-Lifestyle, warum möchte ich meine Selbstständigkeit eigentlich noch ein bisschen vereinfachen, ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich von diesem Traum-Lifestyle, den ich gerade erwähnt habe, also einfach so für mich genug Geld verdienen, irgendwie ein Slow Life leben können, ein bisschen von diesem ganzen Busy, Modern, World Life für mich entfernen kann, ist mir aufgefallen, dass ich davon gar nicht mehr so weit weg bin und dass ich eigentlich mir schon sehr, sehr viel davon manifestiert und erarbeitet habe, aber trotzdem gibt es noch so ein paar Dinge, die ich in 2023 anpassen möchte, um das alles noch ein bisschen entspannter zu machen für mich und für meine Kunden noch besser und einfach so alles noch ein bisschen abgerundeter zu haben. Bevor es gleich aber mit dem Video losgeht, muss ich dich noch einmal ganz kurz unterbrechen. Ich habe nämlich tatsächlich im Zuge dieser ganzen Umstrukturierung bzw. dieses ganzen Prozesses, wie kann ich meine Selbstständigkeit vereinfachen, auch eine Änderung getätigt, die dich jetzt schon betrifft bzw. von der du jetzt schon profitieren kannst. Ich werde nämlich meine Produktpalette ein bisschen anpassen. In Zukunft wird es nur noch zwei Hauptprodukte von mir geben. Viel mehr Infos dazu kommen später in diesem Video. An dieser Stelle sei aber gesagt, dass vier Produkte tatsächlich meinen Shop verlassen. Da sind coole Masterclasses, Minikurses, da ist mein gesamter Storypower Online Kurs bei und auf diese vier Produkte kannst du dir bis zum 21.05. glaube ich, ich packe dir die Infos hier nochmal drauf, 20% Rabatt sichern und zusätzlich landet jeder Kauf, den du tätigst, auch noch in einem Lostopf. Du kannst nämlich eine Jahresmitgliedschaft in meinem Projekt, was wenn es klappt, meiner super coolen Membership zum Aufbau deiner Selbstständigkeit gewinnen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Website, die packe ich dir hier unten rein. Also viel Spaß beim Shoppen und beim Lernen und jetzt geht es aber weiter mit dem Video. So, wie möchte ich jetzt aber ganz konkret in den nächsten Monaten meine Selbstständigkeit vereinfachen? Step number one wird vielleicht nicht der allergrößte sein, der jetzt den heftigsten Impact hat, aber ich versuche auf jeden Fall gerade auch digital mal so ein bisschen mehr mein Thema Slow-Life-Minimalismus reinzubringen. Das heißt, ich teste gerade mal so ein paar verschiedene Sachen, wie ich vielleicht nicht, ich verzichte gerade tatsächlich mal so ein bisschen auf Notion. Wer hier schon länger meinen Kanal verfolgt, der weiß, dass ich ein absoluter Notion-Liebhaber bin, aber ich habe das Gefühl, in Notion kann man sich auch sehr schnell sehr viel verzetteln und wir kennen das alle, dass man in Google, Chrome, Safari, was auch immer für ein Browser-Do benutzt, dass man 20 Tabs offen hat und hier und da mal schnell noch das To-Do macht, weil der Tab gerade offen ist und dann sieht man hier noch was und da noch was. Und ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass wir uns so viel so visuellen Reiz schaffen, kommt so viel in unserem Gehirn überhaupt erst zustande, was einen eigentlich ablenkt oder was einen prokrastinieren lässt und ich glaube, wenn man das alles so ein bisschen vereinfacht, dann ist das ein bisschen entspannter. Eine Sache, die ich auf jeden Fall machen möchte, ist, dass ich meine Angebotsstruktur ein bisschen überdenke und es für mich ein bisschen einfacher gestalte und auch für die Kunden da draußen, also für dich im besten Fall, ein bisschen einfacher gestalte. Momentan ist es nämlich so, wir schauen uns das hier mal kurz an, wenn ein Kunde jetzt oder ein Follower auf YouTube, auf Instagram irgendwie was von mir sieht und das cool findet und immer wieder was sieht und irgendwann denkt, ja, ich würde jetzt gerne mal was von der kaufen, dann geht die Person auf meine Website und findet diese ganzen Angebote. Ich habe da eine Instagram-Profiloptimierung, ich habe Storypower, ich habe eine Notion-Anleitung mit Vorlagen, ich habe mein Projekt, was wenn es klappt, ich habe hier irgendwas mit Angst vor der Selbstständigkeit, eine Masterclass, ich habe ein Content-Workflow, einen Workshop und dann habe ich es mal posten. Und als Kunde, wenn ich mich selbst nicht kennen würde und das sehen würde, würde ich so denken, ja, was zur Hölle soll ich davon jetzt buchen? Manches kostet 59 Euro, manches kostet 600 Euro. Ich bin dann so jemand, ich kaufe dann gar nichts. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Daher wird es in Zukunft ein bisschen anders aussehen. Und zwar werde ich das so machen, ich strukturiere das hier jetzt mal kurz ein bisschen um, dass wir quasi in Zukunft einmal mein Projekt, was wenn es klappt, haben. Das ist zum Thema Selbstständigkeit. Und dann haben wir Smart Posten. In Smart Posten werde ich Storypower mit einnehmen. Das heißt, das, ich schiebe die mir mal kurz zur Seite, das wird quasi hier ein Kombi-Angebot, mein Online-Kurs zum Thema Social Media. Das wird mein Produkt zum Thema Selbstständigkeit, beziehungsweise deine eigene Selbstständigkeit aufbauen. Und diese Produkte hier unten, die verschwinden alle. Das heißt, das sind die Produkte, auf die auch dieser 20% Rabatt jetzt gerade gilt, weil sie einfach zu Ende Mai verschwinden, weil das einfach für zu viel Verwirrung sorgt. Beziehungsweise bei der Notion-Anleitung, die läuft ganz gut passiv über meine YouTube-Videos, wo Leute mal eine Notion-Tour gucken oder sowas und dann immer mal hier und da irgendwie klicken und direkt auf die Sales-Page von Notion gelangen. Das heißt, die werde ich vielleicht so ein bisschen passiv einfach über den Link bestehen lassen. Aber grundsätzlich verschwinden die Produkte und Story-Power verschwindet so halb, weil es dann nicht mehr einzeln zu kaufen ist, sondern dann quasi nur noch im Wandel mit Smart Posten, was so der große Social-Media-Kurs ist, der dann einfach durch diese Story-Module, durch dieses Thema Instagram-Stories, dann noch ganz tiefgehend ergänzt wird. Das heißt, Ziel ist, dass ich quasi zwei Signature-Produkte, nenne ich sie mal, in Zukunft habe. Einmal mein Projekt Was, wenn es klappt und einmal Smart Posten, der Name Smart Posten bleibt bestehen, ist dann quasi einfach inklusive Story-Power und dass es dann auch ein bisschen einfacher ist, Marketing gezielt zu machen, weil ich halt nur noch zwei Produkte habe versus wie vorher irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, was halt irgendwie immer ein bisschen viel ist. Man kann das ja auch mal ganz gut vergleichen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt hat, das kostet 59 Euro und ich sage so, oh ja, 6.000 Euro Umsatz würde ich damit gerne im Monat machen, dann muss ich das halt auch 100 Mal verkaufen im Monat. Das heißt, ich muss super viel Marketing machen, ich muss mich mit 100 Kunden irgendwie beschäftigen, was natürlich cool sein kann, aber es kann ja auch immer mal sein, dass ein Kunde eine Frage hat, dass der irgendwie technische Probleme hat, dass der irgendwas nicht versteht, dass irgendwas nicht klappt. Also es sind so viele Sachen oder einfach, dass man sich mit irgendwem nochmal unterhalten muss, nochmal eine extra E-Mail rausschenden muss und wenn du jetzt aber ein Produkt hast, was stattdessen irgendwie 600 Euro kostet, na, dann musst du das zum Beispiel nur 10 Mal im Monat verkaufen. Ich finde, das sollte man jetzt nicht bei allem denken, weil dann denkt man immer, naja, ich könnte auch ein Produkt machen, das kostet 6.000 Euro, das muss ich dann nur einmal verkaufen. Ich finde, man muss schon immer gucken, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis auch stimmt, aber natürlich macht es Sinn, in manchen Bereichen sich einfach vielleicht auch auf so ein paar höherpreisige Produkte zu konzentrieren, weil man dann einfach mehr Zeit hat, um auch gewisse andere Dinge zu machen und das Preis-Leistungs-Verhältnis in diesen Produkten stimmt ja im besten Fall trotzdem. Auch in meinem Marketing möchte ich ein bisschen was ändern. Dadurch, dass sich meine Produktstruktur ändert, vereinfacht sich natürlich schon mal vieles, weil ich nicht mehr irgendwie 10, 20 Produkte habe, wo ich ständig irgendwie einen Launch fahren muss, eine neue Marketing-Aktion planen muss und ständig überlegen kann, oh, könnte ich jetzt gerade in dem Content, den ich teile, irgendeines von meinen Produkten erwähnen oder verlinken, sondern ich habe dann nur noch diese zwei Hauptprodukte und das ist alles schon mal, macht das Ganze ein bisschen einfacher und fokussierter für mich. Zusätzlich habe ich mir überlegt, dass ich gerne mit zwei Webinaren in Zukunft arbeiten möchte. Das heißt, ich möchte ein Webinar zum Thema Social Media Marketing und eins zum Thema Selbstständigkeit aufsetzen, was auch wirklich richtig guten Mehrwert liefert. Ich hasse diese Webinare, wo man so 10 Minuten Input bekommt und dann die Person 30 Minuten darüber redet, hey, jetzt kauf aber mein Hauptprodukt. Das möchte ich nicht. Natürlich soll das Webinar im besten Fall dazu führen, dass die Person dann trotzdem Interesse hat und merkt, hey, mit diesem großen Produkt, was Isabel noch anbietet, könnte sie mir helfen. Das ist genau das, was ich gerade brauche oder halt, das ist nicht das, was ich brauche. Ich gehe wieder weg. Das ist auch okay. Da bin ich noch ein bisschen am überlegen. Ich hatte eigentlich überlegt, die komplett kostenfrei zu machen, aber ich habe heute Morgen mit meiner lieben virtuellen Assistent Sarah kurz gesprochen und habe tatsächlich überlegt bzw. sie hat mich auf die Idee gebracht, dass man natürlich mit einem 0-Euro-Produkt auch so ein bisschen jeden anzieht. Versus wenn du jetzt das Produkt für 9 oder 19 Euro verkaufst, dann ist es immer noch günstig im Gegensatz zu dem ganzen Mehrwert, den man bekommt. Aber man zieht so ein bisschen potenzielle Kunden an, die schon so ein gewisses Commitment gehen. Das heißt, die sind schon mal bereit, auch mal einen kleinen Betrag zu investieren, um wirklich was zu bekommen. Das ist noch komplett in the making, gerade sowohl die Themen für die Webinare als auch der Aufbau und so weiter. Das ist viel Arbeit hinter den Kulissen, weil ich auch mal gucken muss, wie man das technisch alles umsetzt. Das kommt aber alles. Aber dadurch möchte ich dann langfristig so ein bisschen Funnel aufbauen, dass ich nicht mehr so ständig aktiv Marketing machen muss in meinen Storys oder überall und immer sagen muss, hey, kauf mal ein Produkt. Also nicht, dass ich das jetzt so mache, aber ich habe das Gefühl, wenn man das so ein bisschen automatisiert, im besten Fall, und da einen richtig coolen Funnel hat, dann kann einem das sehr, sehr viel Stress in der Selbstständigkeit nehmen. Ein weiteres Thema für mich, was mir immer so ein bisschen schwerfällt, ist auf jeden Fall das Thema, das ich in 2023 auch lernen möchte, besser Grenzen zu ziehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt ständig das Gefühl habe, oh, meine Grenzen werden überschritten und ich bin der krasseste Mensch, der dann immer sagt, oh nee, ist schon okay. Aber ich habe manchmal dieses People-Pleaser-Syndrom und mir fällt es manchmal schwer, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, ich möchte so auf gleicher Ebene mit meinen Kunden sein und ich mag nicht dieses, oh ja, die ist da oben, ich bin hier unten, die erklärt mir jetzt was. Aber manchmal muss man, glaube ich, auch gewisse Grenzen zwischen sich und seinen Kunden schaffen, einfach damit es so eine professionelle Distanz behält und dass das alles gut ist und dass man auch selbst sein Business so entwickeln kann, wie man das möchte und nicht zum Beispiel bei jedem Feedback von einem Kunden denkt, okay, 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 du hast was gesagt, ich muss das jetzt genauso machen. Das fällt mir manchmal sehr schwer, weil ich mir immer Kritik, sei die positiv oder negativ oder einfach nur konstruktiven Hinweis oder eine Idee. Ich nehme mir das immer alles zu Herzen und ich glaube, ich muss da so ein bisschen für mich noch mehr lernen, meinen eigenen Weg zu gehen und dass es auch okay ist, dass ich nicht jede Idee, jeden Impuls von außen aufnehmen muss. Das heißt auch das Thema, ich muss nicht jede DM beantworten, ich muss nicht jede E-Mail beantworten, ich muss nicht für jeden immer 100% da sein. Das wird auf jeden Fall ein Learning für mich in diesem Jahr, was glaube ich meine Selbstständigkeit vereinfachen wird. Ich muss nur gucken, wie ich da irgendwie für mich so ein bisschen die Balance finde, weil ich finde, so ein bisschen macht mein Business halt auch meine sehr persönliche Art und mein persönlicher Umgang mit meinen Kunden aus. Ein großer Teil meines Unternehmens ist ja auch mein Social Media Marketing und auch da möchte ich mir in diesem Jahr vornehmen, ein bisschen mehr nach dem Motto weniger ist mehr wieder zu leben. Das heißt einfach für mich feste Strukturen schaffen. Hey, es gibt drei feste Tage, an denen ich Storys hochlade. Es gibt einen festen Tag, an dem ich ein Reel hochlade, einen festen Tag, an dem ich einen Feedpost mache auf Instagram und dann im besten Fall mache ich noch einmal die Woche ein YouTube-Video. Wenn es mal zwei Wochen dauert, bis es das nächste gibt, das dafür aber richtig gut ist, dann ist das halt so, weil wir kennen das alle, wenn man Social Media Marketing betreibt und Content erstellt, dass man immer denkt, oh, ich habe schon so lange nichts gepostet, ich muss jetzt aber wieder was posten, weil sonst XY. Aber ganz ehrlich, was passiert denn, wenn man mal zwei Wochen nichts postet? Ja, davon geht das Business auch nicht gleich den Bach runter. Also ich möchte einfach wieder mehr Fokus darauf legen, dass der Content, den ich poste, dass ich mit dem einfach zufrieden bin und dass ich denke, hey, der ist richtig cool, da habe ich irgendwie mich kreativ ausleben können, da habe ich irgendwie so einen besonderen Faktor drin, dass das nicht so 0815-Content ist, sondern irgendwie, dass ich damit zufrieden bin und finde, dass mein Business dadurch an mehr Wert gewonnen hat und nicht, dass ich einfach schnell mal einen Vlog filme und den irgendwie schnell zusammenschussere, weil ich das Gefühl habe, oh shit, ich muss ja mal wieder was posten. Kleiner Social Media Disclaimer übrigens an dieser Stelle, du unterstützt auch mein Social Media Marketing, besonders mein YouTube Marketing extrem, wenn du meinen Videos immer mal einen Daumen nach oben gibst, also mach das gerne bei diesem Video. Abonniere natürlich auch gerne meinen Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Oder am meisten freue ich mich auch immer, wenn ihr mir hier auf YouTube ein paar Kommentare da lasst, also mach das auch gerne, weil davon lebt YouTube auch so ein bisschen. Ich möchte in diesem Jahr auch noch lernen beziehungsweise mir beibringen, wie ich gewisse Prozesse in meinem Business ein bisschen automatisieren kann. Ich tue mir damit so ein bisschen schwer, weil wer vielleicht bei mir schon mal was gekauft hat, bei mir schon mal Kunde war oder mit mir schon mal gearbeitet hat, der weiß, oder mir auch nur auf Social Media folgt, der weiß, dass diese persönliche Note, die ich in meinem Business gebe, mir eigentlich sehr, sehr wichtig ist und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich die durch gewisse Automatisierung verlieren könnte. Also bei mir wird es zum Beispiel nicht so etwas geben, dass ich dann irgendwie so ein E-Mail-Funnel aufsetze und ich euch mit E-Mail-Newslettern zuspämme, bis zum Gehtnichtmeer, Hauptsache ihr kauft was oder habe ich einfach keinen Bock drauf, weil das für mich kein langfristig erfolgreiches Business-Modell ist. Aber ich möchte trotzdem so gewisse Dinge automatisieren, die ich momentan entweder einfach gar nicht mache, weil sie zu viel Aufwand wären oder wo ich mir einfach extremen Aufwand abnehmen könnte. Also sei das so etwas wie, hey, ein Kunde hat meinen Online-Kurs gekauft, hat die Hälfte der Module durchgearbeitet und dann geht eine automatische Mail an den Kunden raus, wo einmal gefragt wird, hey, wie geht es dir? Läuft alles gut? Hast du eine Frage? Müssen wir uns mal zusammensetzen? So was zum Beispiel. Oder ein Kunde ist in meiner Membership, das ist ja immer eine 12-Monats-Laufzeit und Monat 11 ist rum und ich schicke dem Kunden jetzt nochmal eine E-Mail mit einem Angebot, hey, möchtest du mein weiteres Jahr verlängern? Hier ist ein Rabattcode oder irgendwie sowas. Das sind so Prozesse, die ich ein bisschen automatisieren möchte. Dazu hole ich mir wahrscheinlich auch ein bisschen Hilfe an Bord. Ich glaube nicht, dass ich das komplett alleine aufsetzen werde, sei das ein bisschen Ideen, Spinnen, Basteln und so weiter mit einer virtuellen Assistenz oder dass ich mir wirklich da nochmal einen Profi zu diesem Thema Funnelaufbau, Workflow, was auch immer dazu hole. Das muss ich mal schauen, aber das ist auf jeden Fall schon viel zu lange auf meiner Liste, als dass ich das nicht endlich mal angehe. Das ist auf jeden Fall erstmal so der grobe Plan, den ich in den nächsten Monaten verfolge und ich freue mich schon richtig darauf, das alles umzusetzen, weil ich es liebe an der Selbstständigkeit, dass man so an diesen ganzen eigenen Ideen basteln kann und Step by Step lernen kann. Natürlich macht man auch irgendwie Fehler, aber aus den Fehlern lernt man wieder. Dann kann man neue Sachen umsetzen. Ihr wisst, wie das alles ist, wenn ihr selbst vielleicht auf diesem Weg seid. Den ersten Schritt habe ich ja auf jeden Fall schon gemacht, indem ich meine Produktstruktur gerade so ein bisschen ändere. Also denk dran, bis zum 21.05. kannst du dir auf jeden Fall noch die 20% Rabatt auf manche Produkte sichern, die den Shop verlassen. Den Link dazu packe ich dir auf jeden Fall in die Infobox. Ansonsten schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du zu einem Thema, das ich hier erwähnt habe, nochmal ein extra Video haben möchtest oder irgendwie Fragen hast, dann versuche ich darauf einzugehen. Sonst wünsche ich dir jetzt aber erstmal ganz liebe Grüße hier aus dem wunderschönen Thailand. Ich muss jetzt wieder rein. Es ist sehr warm hier. Ich schwitze mir hier ein ab und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann erstmal. Tschüss. Ich schwitze mir hier ein ab, war nicht ganz so professionell.